Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Bad von Turok. Irgendwie, wir haben heute die ganze Zeit angeschossen von irgendeinem Gratler. Das gefällt mir. Das geht nicht. Das geht nicht. Ja, ich wollte nur sagen, wir werden angeschossen von irgendeinem Gratler. Ja, keine Ahnung, wir haben immer allzu viel Leben. Die geben uns leider auch keins und ich glaube, ich werde sterben. Wieder mal. Was vielleicht gar nicht so verkehrt ist, wir haben eh noch ein paar, ich sag mal frech, Zusatzleben. Geht's weg, da ihr schiefen Viecher, echt. Und ja, keine Ahnung, so muss der Sprung von hier ausgehen. Jo, geht auch. Naja. So. Stirb. Geht ja. Ähm, was wollte ich sagen? Ich habe keine Ahnung, ich brauche Leben auf jeden Fall. Ähm. Ja, ähm. Hier geht's tief runter. Ich glaube sogar, das stimmt hier. Wow. Wow, Leben. Äh, ja, wir brauchen nur noch einen Schlüssel. Und wir haben noch I am Turok bekommen, das ist aber schön. Heureka. Vielleicht haben wir Glück. Oh mein Gott. Vielleicht haben wir Glück und wir kriegen, was wir wollen. Ich bin mal weg. Ich laufe mal ein Stück. Ich bin mal weg. Freilich kommen's nach, die Gratler. Was? Der ist mal weg. Dieser Mistkerl. Alter. Bist du gescheit. Der ist aber auch nicht so ein Kleinkrieg, ne? Hallo, ich schieße auf ihn. Jetzt haben wir ihn erwischt, Gott sei Dank. Du Arschgeige, du. So, ich habe keine Ahnung. Das sage ich immer wieder. Ich habe keine Ahnung, wo wir hin müssen. Oh, aber jetzt nicht im Ernst. Wir haben den letzten, den dritten. Also immer nur klebend hier raus, irgendwie. Muss mal verschwinden. Muss mal verstecken. Mach Platz. Mach mal Platz, ey, Alter. Mal verstecken. Wir haben echt alle drei Schlüssel. Das ist das erste Mal im schweren, im bisher schwersten Level aus meiner Sicht, alle drei bekommen. Ist ja geil. Ist ja geil, ich freue mich gerade. Aber jetzt ist nur die Frage, wie gucken wir hier wieder raus? Oh, ich bin jetzt geboren. Das ist mir echt die Frage, wie komme ich hier wieder weg? Da sind auch noch ein paar direkt müssen. Oh, ich bin auch so wieder so. Aber na? So. So. Ja, siehe. Ja, ja. Hast du das jetzt? Ja, ja. Selber außer Gefecht geschossen. Na großartig. Zwölf leben noch. Das ist ja viel. Das ist ja ausgesprochen viel mehr. Da kam mir ja glatt, was damit anfängt. So, ich habe keine Ahnung. Was? Von woher sind wir gekommen? Ich habe gerade keinen Plan, so recht. Schrottflittenmunition. Ja. Beziehungsweise, ich habe gerade keine Ahnung, wo sie wieder weg geht. Von hier sind wir rauf. Den Schlüssel haben wir geholt. Dann wahrscheinlich von hier runter. Passt. Hier wahrscheinlich runter. Oh, je. Oh, je. Nein. Laden. Ich muss es laden lassen. Es tut mir so leid. Wir hätten jetzt, glaube ich, schon unendlich viel Leben. Aber ich bin einfach zu schlecht für alles. Ach so. Warte. Kann ich so laden lassen? Das war hier, ne? Passt. Durchlaufen. Sprint. Sprint. Ich habe keine Ahnung, ob ich da was versehen habe. Doch, denn. So. Leben. Das ist auch was. Mission und Leben. So. Nix für rauf. Heilige. Heiliger Karoschen. So. Uff. Weg, weg. Gehen wir halt nochmal die Schlüssel durch. Weil wir es so gut können. Da müssen noch zwei stehen. Oder einer. Oh, der Karport hätte ich das vergessen zu springen. Sprich, springen. Sprich, spring, sprich, 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 springen, springen. Wusch. Die Mission lasse ich mal. Die ist mir gerade wurscht. Dararara. Alter Schwede. Nur mit Dempo. So. Zack, zack. Oh. Natürlich werde ich jetzt angeschossen. Von allen Seiten. Hallo. Nimmst du es mit? Bitte? Für I am to rock? Vielleicht? So. Und weg. Passt. Halleluja, Marakuja. So. Da haben wir noch ein bisschen Position. Das ist schön. So. Und langsam runterstürzen. Uff. Richtig. Richtig. Du und weg, ey. Bring ihn um, den Kerl. Da hinten, oben. Da oben war jetzt der letzte. Richtig. Hier war er. Unfassbar. So. So. Gut. Warum trifft man den Kerl nicht? Kann mir das mal einmal erklären? Warum trifft man den einfach nicht? Das ist komplett unlogisch. Er trifft mich. Aber ich treff ich. Ich treff ich. Ich treff ich nicht. Setz dich mal hin. Na bitte. Wieder dasselbe wie vorher. Ihr kriegst einfach nicht gebacken. Los, schoß. Munition. Jo. Ich will aber Leben haben. Mhm. Granaten vielleicht? Ja, ja. Ich auch. Ja. Na, ich schier wieder. Hallo. Das gibt's ja nicht, oder? Das gibt es nicht, meine Lieben. Warte. Ich fröse mit einer Granate. Ja, ja. Sieher trifft es mich. Das ist ganz normal, dass mich das trifft. Ja. Das trifft mich. Das trifft mich. So. So. Der ist abweg. Sehr schön. Der ist auch weg. Sehr schön. Ja, wenigstens ein bisschen Leben. Viel ist es natürlich nicht. Der ist auch weg. Meine Güte ist das, mein Herr. Vor allem, du kannst... Ja, es ist schon vorbei. Warte. Ich lad gleich wieder. Das hat eh keinen Sinn mehr. Ich muss vorsichtiger sein. Echt? Ich muss mehr aufpassen. Das gibt's ja. Herrschaftszeiten. Das bringt sich alles nix. Ähm. Vielleicht die. Ja. Die war gut. Die war sowas wie die ähnlich in der Art. Oh. Aha. Natürlich. Aha. Alles klar. Okay. Okay, warte. Ähm. Alles klar. Da fällt man natürlich runter. Weil da ist Herz nämlich auf. Herz da. Was ist das denn? Passt. Ah. Ja. Den kriegst du nicht klein, oder? Da drüben ist was, oder? Ja. Das geht super. Keine Ahnung. Ha. Da drüben ist doch nix. Hat mich wohl getäuscht. So. Wir laden. Wir laden wieder mal, weil ich das so gut kann. Das ist fürchterlich. Nix erwischt. Passt. Himmelsamm. Und nix für durch. Heuleka. Ihr erwischt mich nicht. Ihr erwischt mich nicht. Ihr erwischt mich nicht. Ihr erwischt mich nicht. Keine Chance. Nein. Ja. Ich habe das schon erwischt. Ich kann mich gar nicht. Klasse. Der ist weg. 71. Wow. Gut. Jetzt ja. Ja. Das ist es. Ja. Ich schwöre Kacka. Äh. Wird nicht besser. Oh. Kann ich machen. Das geht. Es wird einfach nicht besser. Wirst du dann treffen? Passt. Geht ja. Ein bisschen gut zureden. Und dann geht es. Ja. Ja. Ich muss sie vielleicht doch mit Immune nehmen. Vielleicht kann ich sie ja noch gebrauchen. So. Push. Und ein gutes drittes Mal. Ja. Schnell einsammeln. Passt. Wah. Granaten. Alter. Wie schlimm. Wie schlimm ist das. So. U-Schub weg. Ja. Das klappt prima. Passt. So. Na. Bei allem was mir heilig ist. Wo sind sie denn meine Rockettis? Da. Hui. Äh. Hä? Das sollten wir verrecken. Jawohl. Nach über 10 Schuss. Beide ausgeschaltet. Wow. Pff. Ein Grund zum Feiern. So. So. Wie ist es. Wie ist die Frage? Wo ist dieser Gratler? Da drüben. Jetzt ist er. Immer fester drauf. Hier habe ich auch jemanden umgehauen. Jawohl. Sehr gut. Ich glaube, das lassen wir. Und vielleicht noch mehr Leben. Ah, da sind wir hergekommen. Genau, richtig. Hier im Ok geht's weiter. Rakete, Granat. Passt. So. Passt. Ist auch weg. So. Dann wieder Granate von der Werfer. Wischen. Ja. Passt. Es waren immerhin schon drei. Boah, Alter. Das kommt ja genau hergelaufen. Ah, ich habe auch ein Pech. Herrschaftszeiten habe ich ein Pech. Ich habe das nicht kommen sehen. Mei, ist das wieder bitter. Gucken wir ihn noch. Ich will doch nur dieses blöde Level schaffen. Es geht mir jetzt schon leicht auf den Keks. Wirklich. Nur ganz leicht. Es geht mir jetzt nur ganz leicht auf den Keks. Keine Sorge. Alles okay. Pff. Ah, hör auf zum Schießen, du Gratler. Es geht mir jetzt nur ganz leicht auf den Keks. Keine Sorge. Alles okay. Pff. Ah, hör auf zum Schießen, du Gratler. Was? Ja, Schiffzeiten. Kein Edwarsen. Boah. Wir sterben. Passt. War zwei Fuß runtergefallen, ne? Plotter Gaff. Triebst halt noch. Um Gottes Willen. Na, der nicht mehr. Ja. Ja. Ach, ich Scheiß. Scheiß war's. Echt. Das ist mir wieder gleich viel Leben wie vorher. Boah, ey. So wird das nichts. Es ist ein Wahnsinn, wie sich die Leute so im Internet-Zone treffen lassen, ne? Das ist echt übel. Oder schlecht getroffen werden. Das ist krass. Echt krass. Was? Ich werde sogar schon im Springen getroffen. Bitte, ich brauche noch irgendeine bessere Waffe. Ach, komm. Ich lege auf den Allerwertesten. Echt. Okay, da haben wir nichts. Was, der? Der ist schon mal abgehoben. Ah, wie schön. Da wische ich den anderen auch noch zum Triggern. Ich denke nicht, ne? Doch. Ach, fast. Jetzt haben wir ihn. Puh. Puh. Ah, welligstens. Das schaut lustig aus. So. Abermals. Dann probiere ich uns zurück. Warte. Vielleicht kann ich hier schon ein paar Gratler vorher ausschalten. Das wäre zu mir das gar nicht was zu tun. Wo schieße ich denn hin? Wo schieße ich denn hin? Ja. Natürlich. Haben wir einen erwischt? Nein. Ganz sicher nicht. So. Jawohl. 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 Jetzt hat schon wenigstens lustig ausgeschaut, oder? So. Und ich habe noch gar nicht mal so viel Leben eingebüßt. Und den haben wir auch schon. Verhauen. Das ist super. Super duper. Okay. Den haben wir auch schon. Den hier ist kein Verhauen. Passt. Den haben wir auch. Und da drüben ist noch was da. Oder? Nein. Sehr, sehr. Dein Gratler. So. Von mir aus. Probieren wir es. Huhuhu. Der Schlüssel ist kaputt. Also der Schlüsselstein da, ne? Der ist wirklich praktisch. Quast. Vielleicht kommen wir jetzt mal weiter. Immerhin. 99 Leben ist das schon mal was. Haben wir wieder Granatis? Oh Gott. Oh Gott. Genau dafür passt das dann. Ja. Super getroffen. Müsste passen, oder? Schaut nicht so schlecht aus. Granaten habe ich keine. Ich muss es mit dem da probieren. Passt. Ich glaube das ist okay. Ich glaube das ist sehr okay. Oh. Oh. Du Kerl du. Ja. 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 Das ist auch stillgelegt. Okay. Hier steck fest. Ich weiß nicht, wie er fragt, was ich hier mache. Es ist ganz normal. Was ganz normales. So. So, komisch ist schon. Ah, uiuiuiuiuiui. Nein, ich stecke fest. Meine Güte. Ich stecke schon wieder fest. Das ist so grauslich, wenn man hier irgendwo feststeckt. Bäh. So. Ich muss noch mal kontrollieren, wir haben alle Schlüssel, oder? Ja, es muss nur geklebt hier rauskommen. Dann muss ich ein bisschen geklebt. Ich geklebt raus. Dann bringe ich mir zu Gauden. Scheide um die Munition, ich weiß. Aber nichts wird raus. Wow. Wahnsinn. Wir haben es geschafft. Haha. Mit einem Durchgang. Ich glaube, ich träume. So. Sofortext speichern. Hier oben wieder. Ja, bitte. Wow. Nicht schlecht, Herr Specht. Mal kurz Bad schauen. Ähm. Mhm. Wir haben noch ein paar Minütchen. Bist du gescheit? Nicht schlecht. Bin grad zufrieden. Ich hoffe nur, ich habe nicht allzu viel Munition verballert. So. Schwung, genau. Da haben wir eigentlich vergessen, einen einzubauen. Und hier. Kapitel 7. Das verlorene Land. Ich werde es nochmal speichern. Entschuldigung. Ich bin da ein bisschen lästig, was das betrifft. Aber weil ich jetzt schon rieche, dass ich da feile, werde ich das nochmal speichern. So. Vielleicht hier auch nochmal drauf, weil wir jetzt eh schon so viele Schlüssel haben. Boah. Jetzt sind wir schon quasi dann im vorletzten Kapitel. Das geht ja gar nicht mal so schlecht, ne? Warte. Das war hier, ne? 7. Dann würde ich sagen, wir schauen uns das kurz mal an. Wieder einmal habe ich keine Ahnung, was uns hier erwarten tut. Ich höre nur wieder diese ekelhaften Viecher schreien. Diese komischen, komischen Viecher. Gott, das war schon mal richtig, glaube ich. Die können da hoch. Das ist ein Schäfer-Käfer. Ich bin ein Schäfer-Käfer. Was mache ich denn da? Alter Messer. Hallo, Messer. Das habe ich nicht gewusst. Scheiß-Käfer. Blöde Käfer. Wirklich wahr. So. Jetzt ist die Frage, ob wir oben lang müssen. Irgendwann müssen. Ich habe keine Ahnung. Ich werde auf jeden Fall sterben. Das weiß ich. Weil ich ja... Schau, ist schon so weit. Passt. Kann man schon laden. Okay. Merksatz an mich selber. Ähm... So, hier. Merksatz an mich selbst. Ich brauche das Messer. Schon mal zu Beginn. So. Und das Karte muss weg. So, das Messer schon mal. Also. Hier sieben. So. Du Heilige. Kann man hier schon ein paar Käfer triggern? Nein, ne? Ui, ui. Dass die so weit rauf können. Diese grauslichen Viecher. Echt? Ich glaube, das haben wir gut gemacht. Ui, ja. Käfer. Später sehen wir. So knapp. Käfer. Ich hasse Käfer. Blöde. So. Halt. Von hinten ist sie klar. Au. Aber ein bisschen mehr Leben als beim letzten Mal. Das ist ja schon mal, äh... Ja. Ein Fortschritt, wie es so schön heißt. So. Ah, da war noch ein Käfer. Komm her. Misst du dich. Passt. Äh... Kaputt gemacht. So gehört es. Ich hätte Musitionsspann zu holen im letzten Dingens. Pistole, ja. Ich habe keinen, bei dem er schießen kann. Klasse. Ja. Eigentlich geht. Aber der da drüben ist ein bisschen anstrengend. Hab ich ihn erwischt. Sind das Mumien? Oder Eid? Oh, Käfer. Ich mag keine Käfer. Geh weg. Stirb weg. Was sind das denn für Gestalten, bitte? Sind das Mumien? Oder Aliens? Äh... Ghoulen? Irgendwo ist in der Art? Ich habe keine Ahnung. Weißt du überhaupt gescheit, was ich gemacht habe hier oben? Hier geht es ja nicht weiter, oder? Oder doch? Nö, na. Von Felsen kann man nichts machen. Vielleicht hier runter? Oh mein Gott. Um Gottes Willen. 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 Ach ja. So schaut es aus. So schaut es aus. Im Hintergrund ist Tumult. Wie schön. Wie toll. Tumulti. Wie. Ja. Da 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 da. Da da da. Da da da. Da da da. So. Mal schön einsammeln. Mal schön einsammeln. Mal schauen, ne. Wo es her. Wie viel ich denn überhaupt? Eigentlich ja. Das war gerade gut. Mal schön. Ich höre schon wieder Käfer. Ich mag keine Käfer. Hab ich glaube schon mal erwähnt. So. Da war eine Höhle. Die da. Achso. Das ist was anderes. Okay. Da war trotzdem eine Höhle. Hier. Und da geht es wahrscheinlich weiter. Jojo. Ist schon gut. Hab schon verstanden. So. Aha. Verbrau... Brauchen die so viel? Wah! Alien. Wah! Ha! Alien Dingens. Nichts gut. Eigentlich. Pfuh! Okay. Äh. Ich nehm die mal. Da haben wir gute Munition drin. Hallo? Ist jemand? Aber pro gute Munition. Haben wir sogar noch was bekommen tun? So. Ja, ja. Hä? Äh. Äh. Was bist du? Für Unkraut. Du Krattlerviech. Du blödes. Ja. Ja. Du blödes. 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 Ja, ja. Du blödes. Das ist auch erledigt. Aber drüben jemand. Ich sehe es gerade nicht. Du blödes. Du blödes. Du blödes. Brauchen wir das? Okay. Käfer. 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 Käfer sind kacke. Käfer sind kacke. Okay. Wohin? Zuerst da lang? Oder? Da wird es nicht gehen, ne? Ah. Ich sehe es schon. Inneren gibt es einen Schalter. Dann kommen wir wieder dorthin. Okay. Also da rein. Ich habe keine Ahnung. So. Das wäre mal schön. Oje. Also ich wollte gerade sagen, der hat es abgehoben. Jawohl. Wenig lebt. Jawohl. Ich werde verrückt. Okay. Da müssen andere Geschütze aufgefahren werden. Habe ich schon mitbekommen. Ähm. Ist ja genau. Ja, ja. Ja, das macht super viel. So. Das war's mit dir. Du komisches Viech. Ich wollte nur mal auf das Urli schauen, wie spät es schon ist. Jo. Partschluss. Na gut. Ihr habt es jetzt wieder überstanden. Wir haben Kapitel 6 überstanden. Auch hier gibt es, glaube ich, zwei Schlüssel. Insgesamt, boah, das ist ganz schön heftig da, ne? Also, ich bin gespannt, wie weit wir kommen tun. Ich sehe vielleicht ein kleines bisschen schwarz, wie wir schon sehen. Auf jeden Fall freue ich mich schon, wenn wir wieder Munition kriegen tun. Ich hätte vielleicht den einen Gegner zum Schluss mir schenken sollen. Die Munition wäre hier besser angelegt gewesen. Aber naja, was soll's. Ihr Lieben, ich bedanke mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wie ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.